Nee, danke. Kamerad Kessler, zweiter Versuch, wieder auf Malle. Schein zu fliegen. Bisschen krumm, aber fliegt. Ich seh nix, die Sonne ist so hell. Man sieht, ein bisschen komische Flugbahn. Wie interessant ist die Mimik, das Kamerad? Ja, ich bin schon trocken und flüssig. Da sind wir übernimm mal einen Film, jetzt mal dich, jetzt mal den Film nicht mehr gefühlt. Naja, 15,20 kmh. Der Kessler will wieder kneifen. Haben wir nicht gerade eben erst das Zweiliner aufgebaut? Das macht keinen Spaß. Der zieht nicht. Der klappt aber zusammen. Naja, aber verblattet oben. Naja. Das ist ein schönes Flugbild. Im Gegensatz dazu vom Kollegen Oeckler. Boots! Wie man sieht, er misshandelt seine Drachen gerne. Feuchtbares Geräusch. Kollege O-Punkt hat sich gewagt, seinen Drachen im Meer zu fliegen, weil das den Drachen beschädigen könnte. Schönen Sie mir mal aufpassen. Das ist ein bisschen degrees. In der Nähe von mir! Es zeigt, dass du zählst, dass du in der Nähe von Oeckler überぐise aufmerksam bist. Das Geräte ist gerollt. Meerwasser schade dem Drachen. Untertitelung des ZDF, 2020